Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von eGleis. Heute möchten wir euch einen Fernauslöser für euer Smartphone vorstellen. Der Fernauslöser hört auf den Namen SmartShutter und kommt von Jobo. Der SmartShutter ist eine praktische Erweiterung zu eurer Smartphone-Kamera. Vielen Dank an Legalo für die Teststellung. Auf der Verpackung finden wir ein Jobo-Firm-Logo, die Modellbezeichnung, wir sehen den Shutter selbst und hier unten befinden sich ein paar Produktfeatures samt Hinweis zur App, die man für den SmartShutter braucht. Auf der Rückseite finden wir eine Produktkurzbeschreibung. So, let's see what's up inside. Natürlich ist der SmartShutter selbst mit dabei. Ein Mini-Stativ für das Smartphone. Eine Bedienungsanleitung in Deutsch und Englisch. Und eine Befestigungsschlaufe. Hier befindet sich der Auslöser. Oben haben wir zwei Löcher zum Befestigen der Schlaufe. Und auf der Rückseite haben wir das Batteriefach. Eine Batterie soll bis zu 5 Jahre halten, bei 100 Auslösungen pro Tag. Um diesen SmartShutter nutzen zu können, braucht ihr lediglich noch die kostenlose App Shutter Panorama. Einmal auf Pair drücken und den SmartShutter einmal auslösen. Schon sind beide Geräte gekoppelt. Von nun an braucht ihr nur noch den Auslöseknopf am SmartShutter zu betätigen. Und euer Smartphone löst sofort aus. Uns hat der SmartShutter von Yobo gut gefallen. Er bietet eine Möglichkeit, sein Smartphone um eine praktische Fernauslösefunktion zu erweitern. Bei einem Preis von rund 25 Euro eine lohnende Investition. An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei Legalo bedanken. Den Link zur Firmen-Homepage und weitere Informationen zum Produkt selbst findet ihr wie immer unten im Infokasten. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis-Team. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis-Team.